Servus ihr ganzen Hi-Fi-Narrischen da draußen! in meiner kleinen aber feinen Hütte. Begrüßen möchte ich euch jetzt zum zweiten Teil meines Projekts vom Keller ins Wohnzimmer. Wie es ihr schon gesehen habt im letzten Video, die Bestandsaufnahme hat sich ein bisschen in Länge gezogen, weil doch einiges an den Plattenspielern zum Austauschen ist und genau das werde ich heute machen. Dazu gehen wir wieder zu mir in die Werkstatt, werden uns wieder einige Schraubenzieher, Zangen und sonstige Utensilien raussuchen und dann fangen wir endlich an, an den Teilen rund zu schrauben. Ich hoffe jetzt ein bisschen Spaß, so wie ich. Daumen hoch würde mir gefallen, ein Kommentar oder vielleicht ein kleines Abo mit der kleinen Klinge. Bis gleich, wir sehen uns wieder hier an der Bar. Bis später! Nachdem ich mir jetzt dazu entschlossen habe, mir ein Frankensteinsmonster zu bauen, wir werden jetzt den Tonarm abstellen, abbauen, ausbauen und den Tonarm heber und senken. Zudem heben wir das Ganze an. Jetzt kommen wir an alle Punkte genau hin, die wir brauchen. Als erstes müssen wir diesen Bügel entfernen. Dazu drücken wir ihn leicht nach unten, dann haben wir diesen Riegel, den wir entfernen können. Vorsicht, darunter ist eine Feder, dass uns die entgegenspringt. Dann kann man diesen Bügel nach oben abheben. Hier oben ist ebenfalls eine Feder, die müssen wir jetzt dann noch aushängen. Jetzt kommen wir auch schön auf diese Mutter, die wir lösen müssen für unseren Tonarm-Absteller. Die Mutter weg, die Leilockscheibe weg und den Kaputten zum Müllschmeißen. Wir brauchen einen Schraubenzieher, lösen diese Schraube nach zur Seite. Und schwupps, haben wir unser Gelenk, Tonarmheber, Senkergelenk freigelegt. Dann switchen wir jetzt um zum 506er, bauen dort die Teile aus, die wir hier wieder einbauen wollen als Ersatz. So, wie ihr seht, jetzt befinden wir uns wieder beim alten 506er. Da machen wir jetzt wieder das Gleiche. Gleich nach unten drücken, entriegeln, Feder raus. Dann wieder entriegeln. Mit der Spitzzange diese Feder entfernen. Dann diese Schraube wieder lösen. Meine Lockscheibe entfernen. Und schon haben wir unseren funktionierenden Tonarm-Absteller. Jetzt haben wir wieder hier diese Schraube, die wir auch lösen, damit wir unseren Tonarm-Heber-Senker hier ausbauen können. Um den hier rauszubekommen, muss man allerdings diesen Bügel zusammendrücken, vorsichtig. Weil sich sonst diese Feder hier löst, die wir noch brauchen. Und dann am Bügel selbst, oder an dem Hebel, langsam den Hebel rausdrehen. Der hat nämlich auf einer Seite ein Gewinde. Wir werden jetzt das komplette Teil aus dem Chassis entfernen. Und das zeige ich euch jetzt. Um das komplette Oberteil aus dem Chassis zu entfernen, müssen wir zunächst unten unsere Kabel und die Zugentlastung entfernen. Und das kann ich euch hier zeigen. Dann haben wir hier zwei Schrauben. Die lösen wir. Und dann geht diese komplette Platte, inklusive der Kabel, weg. Und wir können das komplette Teil aus dem Gerät oder beziehungsweise aus dem Chassis herausziehen ohne Probleme. Und das machen wir jetzt mal kurz. Habt ihr es gesehen? Da kann man jetzt schon das Teil komplett nach innen rausziehen. Inklusive der Zugentlastung. Ziehen uns die Kabel hier durch. Und haben somit unser Chassis komplett freigelegt. Zur Reinigung beziehungsweise auch um. dieses kaputte Furnier abzulösen. So, um unser Chassis noch ein bisschen staubfrei zu bekommen, nehmen wir so einen herkömmlichen Malerpinsel. Und da gehen wir erst einmal grob über das Ganze drüber. Gut, wenn ihr das schon einmal beseitigt, dann nehmen wir uns einmal das Furnier vor. So, in dem Fall haben wir ja das Glück, dass sich dieses Furnier wirklich kinderleicht ablösen lässt. Da im Laufe der Jahre natürlich der ganze Kleber nachlässt, was sich verabschiedet hat. Jetzt werden wir das einmal kurz abschneiden. Wenn wir hier nämlich unser kleines Dual-Emblem haben, dann gehen wir mit einem ganz kleinen flachen Schraubenzieher da drunter. Und vorsichtig nach oben heraus drücken. Mit einem kleinen Stift nur reingesteckt. Wie gesagt, das machen wir auch wieder hübsch. Das Kleine geht daran, dass ich das Ganze hier neu beziehen. Und zwar mit dieser Folie. Die habe ich mir aus dem Internet bestellt. Holzoptik schwarz. So, damit ich jetzt weiß, in welcher Breite ich diese neue Folie zuschneiden muss. Dann nehmen wir das Stück von dem alten Laminat und dann messen wir das genau aus. In dem Fall haben wir jetzt hier 6,8 cm. Diese 6,8 cm bzw. 7 cm schneide ich mir runter. Was noch wichtig ist, wir brauchen auch die komplette Länge. Nehmen wir den größten Meterstab der Welt. Messen wir jetzt diese Länge aus. In dem Fall haben wir jetzt hier 33,5 cm. Die nehmen wir mal 2 cm. Und dann haben wir nochmal 42,5 cm. Sagen wir, wir schneiden 1,12 m von der Rolle runter. Und 7 cm breit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut. Nachdem wir jetzt diesen Streifen mit 1,12 m mal 7 cm runter geschnitten haben. Dann können wir loslegen, dass wir das Ganze hier auf unsere alte Pressspanplatte hier aufziehen. Wir ziehen uns hier ein Stück runter von der Folie. Von diesem Trägerpapier. Knicken das stark um. Dann sieht das so aus. Und dann legen wir das hier am Ende. Und direkt an dieser Holzkante mal kurz an. Drücken das so ein bisschen fest. Ob man sieht das jetzt an der Kamera. Dann ziehe ich das hier so rüber. Bis ans andere Ende. Jetzt sieht man hier noch den Rest vom Holz. Und ich gehe jetzt so weit rüber, dass ich genau an dieser Kante bin. So wie hier drüben. Ziehe mir hier das Trägerpapier leicht raus. Und ziehe schon mal an. Festhalten. So eine andere Hand jetzt. Eine handelsübliche Filzrakel. Und dann fangen wir hier einfach an. Das Ganze festzudrücken. Bis zu unserem Trägerpapier. Was da drunter ist. Dann ziehen wir wieder weiter. Wir halten wieder hier fest. Und ziehen wieder das Trägerpapier. So fünf bis sechs Zentimeter weiter. Und achten immer drauf. Dass wir hier am Ende unseren Finger drauf lassen. Sonst verziehen wir die ganze Folie. Und die geht schief auf unser Chassis. Und so machen wir jetzt weiter. Bis wir kurz vor der Ecke sind. Mit einem gewissen Druck. Aber nicht zu viel. Nicht zu wenig. Sonst kriegt man Luftblasen rein. So jetzt sind wir kurz vor der Ecke. Das heißt jetzt hebe ich hier die Folie an. Jetzt kann sie sich nicht mehr stark verziehen. Ich lege die runter. Wenn wir jetzt hier unten. Ein bisschen zu viel Überstand haben. Das macht nichts. Das schneiden wir nachher mit dem Cutter weg. Dann hat sich die Folie anscheinend doch ein bisschen gezogen. Bis zum Ende. Aber das macht uns gar nichts aus. Wir raken jetzt über die Ecke noch drüber. Nicht zu fest an der Folie ziehen. Weil sich das Ganze sonst hier verzieht. Jetzt sind wir über die Ecke. Das heißt wir legen das Ganze auf die lange Seite. So. Dann haben wir wieder unser altes Spiel. Wir setzen hier die Folie an. Dann auf der. Jetzt einfach hier in der Kamera fest fixiert ist. Auf dieser Seite halten wir wieder die Folie fest. Aber nicht so wie ich gerade das Trägerpapier. Das Trägerpapier ist immer locker drunter. Dann fahren wir wieder von dieser Ecke an. Das Ganze zu fixieren. Das Ganze zu fixieren. Bei der Bin ghettoowORT Elements侠 in der Behind зачersion. ? Wir sprechen Tambä sehr gut. L�le von Träger. Jetzt kommen wir zum Ende. Jetzt ziehen wir uns das Trägerpapier einfach ganz locker weg, lassen wir die Folie fallen, machen gar nichts großartig und haben das Ende erreicht, gehen wir mit der scharfen Kante von der Rauke, gehen wir hier noch in die Ecke rein, weil hier ist ja der Kunststoff, hier ist das Holz, das werden wir aber noch abkarten das Ganze. So, jetzt haben wir die ganze Folie aufgezogen, jetzt werden wir das Ganze noch zuschneiden, hier haben wir unsere Kante, wo der Übergang ist vom Holz zum Kunststoff und dem schneide ich ganz vorsichtig nur auf der Folie entlang. Ich ritze die Folie quasi nur ein bisschen an und schon sind wir da genau auf dieser Kante, das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Jetzt wieder genau auf der Folie schneiden, beziehungsweise nur die Folie wieder anritzen, ich hoffe, dass ich auch nichts versaut habe. Dann müssen wir den Kunststoff noch ein bisschen erneuern, ein kleines Kleberreste drauf. Gut, dann haben wir das so weit. Dann können wir uns wieder in die sitzende Position begeben und arbeiten uns jetzt von dieser Ecke bis zu dieser Ecke. Und hier haben wir unseren 45 Grad Winkel, den wir natürlich auch schön hinbekommen wollen. Aber wir fangen jetzt erstmal in dieser Ecke an, das heißt quasi, wir gehen jetzt hier mit dem Daumen entlang und knicken uns langsam die Folie, die wir jetzt auf der Rückseite schön kleben, dann knicken wir uns langsam, ganz dezent über die Kante, dass wir eine schöne scharfe Kante und eine klebende Kante vor allem haben. Wir sind jetzt schon im oberen Bereich, quasi so weit, dass wir schon wieder nach innen knicken könnten, das wollen wir aber noch nicht machen, weil wir wollen uns erst mit dieser Ecke hier beschäftigen. So, jetzt sind wir hier an dieser Ecke, die drückt sowieso nicht richtig, weil ich habe es nur bis hierhin festgedrückt. Jetzt machen wir einen Cut und zwar gehen wir jetzt an diesem 45 Grad Winkel, hoffen wir erkennt es, gehen wir senkrecht nach oben an der Folie. Jetzt kann ich nämlich weiter arbeiten in die Ecke und habe quasi das Eck schon mal so weit fertig vorbereitet, dass ich mir hier einen 45 Grad Cut machen kann. Jetzt schneide ich genau an diesem Punkt entlang, ziehen wir die Folie ab und habe hier einen sauberen 45 Grad Winkel. Und hier den Rest der Folie. So, das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite und dann arbeiten wir uns hier weiter. So, diese Seite ist jetzt auch fertig. Jetzt können wir uns mit der Front beschäftigen. Jetzt machen wir es wieder genau das gleiche Prinzip wie an den Seiten, nur dass es jetzt ein bisschen länger ist. Das Ganze gehen vorsichtig und langsam über die Kante. So, und jetzt haben wir wieder hier unten drunter und hier drunter unsere Kante vom Schnitt. Hier machen wir wieder das gleiche. Wir gehen wieder mit der Rauckelkante hin, setzen den Cutter nur ganz leicht auf die Folie. Wir gehen an der Kante und gehen an der Kante der Rauckel entlang. So, jetzt machen wir wieder hier an der inneren Ecke weiter. Jetzt ziehen wir das Ganze auch wieder durch. Mit meiner Föllerkuppe streiche ich das nach unten ganz fest. Jetzt brauchen wir wieder unsere Rauckel. Die setzen wir jetzt oben an, in der Mitte und drücken mit der scharfen Kante der Rauckel. Nicht mit dem Filz, sondern mit der scharfen Kante von oben nach unten in diese Ecke bis hinunter zum Kunststoff. Jetzt ist diese Kante sauber drin. Ansonsten können wir jetzt hier in der Ecke auf den Kunststoff schon unseren ersten finalen Cut setzen. Jetzt ziehen wir das ab. Dann haben wir die erste Seite unseres Chassis schon mal fertig. Dann drücken wir das alles noch sauber in die Ecke hinein. Jetzt versuche ich euch das mal hier zu zeigen in der Raaufnahme. Wir sind hier in der Ecke drin. Das da unten interessiert keinen mehr, weil das ist unterhalb dem Oberteil. Hier sauber um die Ecken und hier an der Seite und hier im hinteren Bereich. Genau. So machen wir das jetzt umlaufend, das Ganze. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr das final fixieren könnt mit dem Föhn bzw. mit dem Heißlift-Föhn. So meine lieben Freunde, jetzt wird es heiß bzw. heiß und laut. Wir nehmen jetzt unseren Heißluft-Föhn. Marke egal, Hauptsache Stufe 1 nicht zu heiß. Jetzt arbeiten wir uns langsam an den ganzen Ecken und Kanten entlang. Wir heizen die Folie ein bisschen auf und bringen so den Kleber auf der Folie zum Arbeiten. Jetzt können wir das Ganze nochmal mit den Fingern oder der Rakel nachstreichen, nachbessern. Sollten auch irgendwie doch irgendwo Luftblasen entstanden sein. Auch die Übergänge hier an der Ecke können wir so sauber begradigen. So. Das Sorgensendergebnis ist gar nicht schlecht geworden. Für das, dass ich es zum ersten Mal vor der Kamera gemacht habe, so etwas sieht das Ganze doch tippitoppi aus. Gut, das war die Folierung von unserem Chassis. Hoffe ich habe euch ein bisschen weitergeholfen mit dem Ganzen. Jetzt befinden wir uns wieder bei unserem 506-1, der mit dem Kunststoffgehäuse. Ich habe jetzt einmal alle Teile grob vom Öl und Fett gereinigt. Das werden wir jetzt einmal nachfetten. Hier habe ich bereits den Tonarmlift wieder eingebaut. Von dem anderen Gerät. Und den Tonarmhalter auch bereits wieder vormontiert. Jetzt wollen wir dieses Teil wieder einbauen. Dazu müssen wir aber die sich bewegenden Teile oder die Teile, die mit Metall in Berührung sind, wieder einfetten. Dazu habe ich diese Tuba Silikonfett. Die werde ich euch unten verlinken, wenn ihr die bekommt. Dieses Silikonfett trage ich jetzt auf die Teile auf, die ständig in Bewegung sind. In diesem Fall ist das hier hinten das Gelenk. Und hier hinten der Tonarmheber, der ständig auf diesem Metallteil schleift. Das heißt, wir machen hier. Wir können hier sehr sparsam arbeiten. Das ist ein ganz kleiner Klecks. Genauso hier. Ein bisschen Fett drauf. Und dann war es das eigentlich schon. Mehr brauchen wir da gar nicht. Dann hängen wir unsere schöne kleine Feder wieder ein. Genau. Wir legen das da ab. Hier hinten einhängen. Hier wieder mit der Einfädelung. Dann haben wir unsere Feder, die wir hier wieder rein machen. Und unsere Verriegelung setzen wir wieder drauf. Und nach unten drücken, verriegeln, nach oben loslassen. Und schon sollte hier wieder alles funktionieren. Das probieren wir jetzt dann gleich hier aus. Im nächsten Video werden wir dann langsam in Richtung Zielfahne rauschen. Wir werden den Endspurt angehen und unser kleines Monster dann zum Laufen bringen. Und haben uns hoffentlich auch anhören können. Bei mir unten in der Werkstatt. Da habe ich nämlich auch noch ein kleines, altes Schmankerl stehen. Mit dem ich meine Plattenspieler immer austesten kann. Ansonsten wünsche ich euch wieder mal eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ich grüße euch überall hin. Auch an den Chimsi, zu meinen Freunden von den Vinyl Nerds, die mir ein sehr nettes Antwort-Mail geschickt haben, ob ich sie denn mal bei ihnen besuchen darf und ein Interview mit ihnen führen darf. Und das wird wahrscheinlich, wenn das mit dem ganzen Corona langsam rum ist, auch stattfinden werden. Aber da werde ich euch noch darüber informieren. Einfach die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer über die neuesten Videos von mir informiert. Genauso wie über den dritten und letzten Teil von meinem Dreiteiler vom Keller ins Wohnzimmer. Ansonsten, wie gesagt, schöne Zeit. Tschüss die Sage. Servus. Ja. Diese Böden können sich jetzt wieder kaputt. Jetzt müssen wir es so wieder machen. Wir machen das gut, denn du kannst dich seitens nicht vor. Und, das geht so gut. Und, du kannst dich anst, das ist ein Überblick aufpassen. Ja, gut! Du kannst dich снablierst! Ich fühl dir! Ich mach das, spiele. Und, du kannst dich eine pregnancy. Ich mach das, mich auch immer besser. Und, du kannst dir die Böden können.